Hey, 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 du, würdest du dich bitte auf meine Stimme konzentrieren? Ich habe nämlich eine sehr schöne Stimme und ich bin ASMR-König. Ja, Leute, ich wollte mal eine Ansage machen, einen Lob aussprechen an den User K.O.Jote. Der hat es einfach erfasst. Leute, die verstanden haben, dass dieser Kanal ein Lifestyle ist, eine Lebenseinstellung und nicht nur ein Kanal. Die haben bei mir einen Stein im Brett. K.O.Jote sagt, ein Lifestyle-Video auf Nosterafortz, ihr bewegt euch aber auch nur auf einen neuen Terra oder einminütige Lifestyle-Toiletten-Vlogs ist das, was YouTube Deutschland braucht und Nosterafortzv ist wie immer da, um als unerschrockene Pioniere neue Wege für den Mainstream zu pflastern. Oder ich lese das lieber so. Durch solche kurze, wie auch, aber auch informative Vlogs teilt ihr eure Community mit, was bei euch so ansteht. Und wie es weitergeht, so verliert ihr nie den Kontakt zu euren Fans. Die bodenständige Art, ich sehe gerade nichts, weil auf dem Display was angezeigt wird, wie ihr euren elitären Lifestyle überbringt, zeigt, dass ihr trotz der Berühmtheit als YouTube Deutschlands Wunderwaffe immer noch wisst, wo ihr herkommt, und zwar von ganz oben. Genau wie die wunderbar eingebaute Ladenkritik, welche exzellent dargestellt wurde und das einfach eingebaute Product Placement, welche der Flow des Videos in ganzer Weise stören. Alles in allem ein fließendes Kunstwerk, das vom Stil her mit Opern von Bach und Shakespeare zu vergleichen ist. Solche Kunstwerke werden von anderen YouTubern wahrscheinlich erst in fünf bis sieben Jahren erkannt und nachgeahmt. Und aus diesem Grund ist dieser Kanal solch ein Wunderwerk. Gute Arbeit, meine Lieben, und wie immer gerne mehr und macht weiter so. L-G-K-O-J-O-T-E. Ja, K.O-J-O-T-E hat es erfasst, dieser Kanal, und wir als Künstler sind der Zeit voraus. Und seit mehreren Videos analysiert er diesen Kanal ausführlichst. Und was er dabei aufdeckt, es ist so wahr wie das Leben selbst. Schaut euch einfach die letzten fünf bis zehn Nosterefurtz-Videos an. Dieser Mann hat es verstanden. Er kommentiert, was die Welt bewegt. Die Seele des Kanals, er hat sie erfasst. Ich bedanke mich bei allen, Moment, nunmehr 3726 Leuten, die diesem Experiment Nosterefurtz seit mehreren Jahren mitunter beiwohnen. Danke für die Ausdauer. Und danke, dass ihr zumindest versucht, die Tiefe des Kanals zu durchsteigen. Auf die nächsten Jahre. Das spirituelle Abenteuer hat gerade erst begonnen. Wir sehen uns.